servus servus und hallo zu einem niegeln nagel neuen video ich werde mir jetzt etwas wieder besorgen ich werde mir neue teile für meinen fahrrad wohnwagen besorgen ja ich bin gerade beim mazlensdorfer platz ganz in der nähe vom obi ja da werde ich mir aluminium teile besorgen vielleicht nehme ich mir am strich am arbeiterstrich einen mann mit zum fahrrad wohnwagen bauen ja ich schaue ich einmal ob ich einen hübschen finde einen von denen vielleicht ich habe heute irgendwie nicht viele männer gefunden hier weil normalerweise stehen hier immer so ungefähr hunderte von strichern also strichern arbeitsstrichern hier aber wahrscheinlich weil jetzt ruhig ist es jetzt so viel zu tun dass die alle schon das arbeitsfreie die schon alle mitgenommen haben ja zum hakeln ja ich glaube ich glaube das könnte sein dass das ja ich mache das doch lieber nicht weil das ist glaube ich illegal ja und ich mache alles mit rechten dingen mein e-bike hier das e-bike das habe ich nicht das würde ich niemals niemals mit einem chip auf tunen dass ich über 25 km h fahre nein das würde ich niemals das würde ich niemals machen ja bei mir läuft alles mit rechten rechten dingen zu ja so besorge ich mir die aluminium streben besorge ich mir jetzt da hinter mir sind ein paar fächer arbeiter hacker stecher ja ich mache jetzt hier eine kurze pause ja ich bin gerade am weg am weg zu mir also zu meinem elternhaus zu meinem fahrrad wohnwagen in den wienerwald und ja hier muss da kurz einmal ins gebüsch reingehen pullern ja und dann raste ich mich noch ein bisschen auf der bank aus ja ich bin der größte ja man muss die sache immer testen testen muss man die sachen bei schlechten wetter heißen wetter ja bevor man auf weltreise geht mit dem fahrrad wohnwagen ja so ein scheiß regen da ja ich habe mir gedacht wenn ich auf weltreise gehe dann nehme ich ein ersatz fahrrad mit um das ersatz fahrrad das würde ich dann da oben rauf montieren ja weil ein zweites ersatz fahrrad falls das e-bike kaputt geht sollte man schon dabei haben ja wenn man wenn man eine wegreise macht ich gehe schneller mal meinen hänger meinen freundinnen zeigen ich glaube die wollen mich die finden den hänger so so sexy dass sie mich völlig gratis haben wollen es waren jetzt gerade alles immer belegt bei den damen ich habe jetzt nichts mit den damen gehabt ja ja zwar ich einmal richtung zentrum mit meinem schönen fahrrad wohnwagen ja weil er so schmal ist kippt das so gerne so leicht das ist dann weg naja die radaufhängung muss ich schon irgendwie besser machen es geht einfach immer raus der scheiß da ey so eine verdammte so wackelt da so rum bei diesen scheiß steinen da da bei dieser fahrbahn bei diesem untergrund da da wenn das genau so steinig wird dann bekommt man fahrrad wohnwagen immer probleme ich bin einfach so stolz auf mich ich habe es jetzt mit dem meinem dritten dritten fahrrad wohnwagen endlich wieder in die innenstadt von wien geschafft und wie es so schön im leben alle guten dinge sind drei und mein dritter fahrrad wohnwagen der hier der wird der allerbeste der welt ja also du musst das video unbedingt deiner schwester sein weil zeigen deine schwester zeigen weil deine schwester die findet mich sicher voll heiß weil ich so der allerbeste fahrrad wohnwagen ich bin entwickler und fahrer in einem bin ja mein anhänger schön aus wie diese limousine das geht wohnrächtung wir sind Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.